Ich möchte jetzt zeigen, wie man Nummerierungen und Aufzählungen im Text durchführen kann. Ich habe hier eine kleine Worte hintereinander geschrieben, eine kleine Liste. Man kann jetzt hierher gehen und mache rechte Maustaste, wähle mir hier den Eintrag Nummerierungen und Aufzählungen. Man kann jetzt hier, je nachdem was ich hier einstelle, zum Beispiel eine Nummerierung durchführen. Ein Doppelklick, führt dann dazu, könnte es noch weiter hereinrücken in der Ebene und kann jetzt hier wieder herein gehen. Man kann jetzt hier zum Beispiel auch eine andere Art von Aufzählung einführen und je nachdem, welche Symbol ich erwähle, wird dann diese Aufzählung auch dann anders dargestellt. Das gleiche natürlich wieder bei der Nummerierungsart. So könnte ich es in kleinen Buchstaben, Lateinisch, Räumisch durchnummerieren lassen.